Sunday Funday again. Wir haben heute ein abgewandeltes Benchmark-Girl für die Home-Variante, und zwar Linda. 10, 9, 8 bis 1, das heißt immer eine Wiederholung weniger, von Kettlebell oder Dumbbell Deadlift, Kettlebell oder Dumbbell Floor Press und Kettlebell oder Dumbbell Squat Cleats. Schon mal vorab, ist euer Gewicht relativ leicht für zu Hause, dann gerne die Wraps einmal verdoppeln, so dass ihr auch ein bisschen was von dem Workout habt. Wir gehen gleich rein ins Warm-Up. Ihr startet mit 40 Kickbacks, das heißt einmal entweder gestiegen nach hinten, einmal aufstehen oder gerne auch mit beiden Füßen gleichzeitig nach hinten und wieder einmal aufstehen. 40 Wiederholungen direkt zum Start und dann 20 Jumping Jacks, das heißt einmal Hände über Kopf und Füße auseinander, das kennt ihr. 20 Stück und danach 20 Mal Crazy Finish Drill. Das bedeutet, ihr geht in einem Vierfüßlerstand, gerne auch wieder hier die Füße aufsetzen und jetzt geht es darum, einmal rechte Hand, linker Fuß heben und gleiches auf der anderen Seite und das Ganze irgendwann so schnell wie möglich für 20 Wiederholungen. Und am Ende fünf Inch-Warms mit jeweils fünf Push-Ups. Das heißt, gerne einmal nach oben ausstrecken, dann laufen wir mit den Händen nach vorne, machen entweder einmal auf den Knien fünf Push-Ups oder bleiben auf den Füßen und machen hier fünf Push-Ups. Ellbogen bleiben nah am Körper und dann laufen wir wieder nach oben und das Ganze insgesamt fünf Mal. Danach geht es rein in ein bisschen Vorbereitung für Hüfte und Schulter. Ja, hier brauchen wir auch heute viel. Wir machen jetzt auch schon ein ähnliches Schema. Acht Wiederholungen, sechs, vier und zwei von Single Leg Deadlift und Bend Over Row. Die Wiederholungen sind immer pro Seite. Das heißt, ihr arbeitet mit einer Kettlebell oder Dumbbell. Single Leg Deadlift. Am besten einmal von oben starten, das heißt das Gewicht in die Hand nehmen. Wenn ich jetzt den linken Fuß am Boden lasse, rechter Fuß geht nach hinten, dann ist das Gewicht auf der rechten Seite. Gerne den anderen Arm an die Seite mitnehmen, sodass der Oberkörper möglichst gerade nach unten geht. Das heißt, jetzt einmal Fuß weg vom Boden, Hip-Hinge und Kettlebell oder Dumbbell geht bis zum Boden und wir stehen damit wieder auf. Wie beim Legdlift, blickt geradeaus und wenn es nach unten geht, blickt zum Boden nach vorn. Einmal von der Seite. Das gleiche geht selbstverständlich auch mit der Dumbbell. Also, ihr startet mit acht Wiederholungen hier pro Arm. Und dann Bend Over Row, auch einarming. Acht Wiederholungen pro Seite am Anfang. Hier jetzt Hüftbreiter Stand. Hier Pinch nach hinten. Und auch da das gleiche wie vorher. Andere Hand gerne mit nach unten nehmen. Und jetzt ziehen wir hier einmal aus der Schulter. Schulterblatt nach hinten zusammenziehen. Und hier acht Wiederholungen pro Seite. Acht, sechs, vier, zwei von beidem. Und dann gehen wir gleich in die Prep fürs Workout. Wir gehen rein in die Prep für unser Workout. Was wir brauchen, sind drei Übungen. Erste Übung, Deadlift. Hatten wir gerade schon mit einem Fuß. Jetzt natürlich ganz normal mit beiden Füßen am Boden. Habt ihr zwei gleichschwere Dumbbells, nutzt die gerne. Das darf jetzt gerne schwer heute sein. Das heißt, wir nehmen die rechts und links. Auch wieder Hüftbreiter Stand. Hüftpinch nach hinten. Und wir gehen einmal bis zum Boden. Blick geht zum Boden nach vorne. Und wieder aufstehen. Einmal von der Seite. Habt ihr die Möglichkeit, eine schwere Kettelbell zu benutzen, dann könnt ihr die gerne zwischen die Füße stellen. Auch hier Hüftpinch. Und damit jeweils aufstehen. Oder wenn ihr sagt, eine Dumbbell habe ich nur zur Verfügung, dann machen wir das Gleiche auf der Seite. Ist die relativ leicht, könnt ihr euch dann überlegen, ob ihr die doppelte Anzahl an Wiederholungen macht. Um da einfach ein bisschen mehr davon zu haben, von dem Workout. Zweite Übung. Floor Press. Das heißt, die Home-Variante für Bench Press. Wir legen uns einmal auf den Boden. Holen unser Gewicht einmal mit dem Kuscheln nach oben. Gerne die Füße aufstellen. Und jetzt geht es darum, einmal die Dumbbell komplett ausgelockt. Und Ellbogen Richtung Decke nach oben schieben. Ihr könnt sowieso nur so weit runter, bis der Ellbogen wieder am Boden ist. Das Ganze könnt ihr auch mit zwei Gewichten machen. Sollte das für euch möglich sein. Oder natürlich auch mit der Kettelbell. Da auch einmal auf die Schulter ablegen in dem Fall. Und dann nach oben raus drücken. Letzte Übung. Squat Lean. Wir starten einmal mit einem Hang Power Clean. Das heißt, jetzt wieder Hüftbreiter Stand. Hiebhinsch nach hinten. Blick nach vorne. Andere Hand gerne ein kleines bisschen nach außen strecken. Dann einmal Hüfte öffnen. Ziehen. Und wir setzen uns einmal drunter. Gerne mal fünf Wiederholungen pro Seite machen. Und danach machen wir fünf Front Squats pro Seite. Weil wir später in die Squat Cleans reingehen wollen. Das heißt, Ellbogen nach vorne. Und fünfmal pro Seite. Danach Hang Squat Clean. Das heißt, Option eins. Ihr startet aus dem Hang. Geht rein in den Power Clean. Und von hier einmal in die Squat. Oder direkt einmal tief in die Squat Position landen. Von hier einmal unten landen. Aufstehen. Und auch gerne mal fünf Wiederholungen pro Seite testen. Für das Workout ist die Variante vom Boden. Das heißt, dann nehmen wir dann die Dumbbell in die Mitte. Auch wieder Hip Hinsch. Einmal direkt vom Boden. Entweder in den Power Clean und Squat hinten dran. Oder auch gerne direkt vom Boden rein in einen Squat Clean. Auch gerne mal testen. Und dann machen wir eine Vorbereitung fürs Workout. Ihr macht acht, sechs, vier und zwei Wiederholungen von den drei Übungen. Deadlift, Floor Press und Squat Cleans. Dabei gerne testen. Wie schwer fühlt sich das Gewicht an? Und dann entscheiden, ob ihr die zehn, neun, acht bis eins Variante macht. Oder ob ihr euch die Wiederholungen verdoppelt. Viel Spaß dabei. Mit unserer Home Variante von Linda. kommt eine große Menge Stadt. Wir fallen. Örgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärgärger Wir bilden herausтом, dass wir 2 Minuten über eine Scha parameters gehen wird. Vielen Dank.